Hallo und herzlich willkommen zum Mendeley-Einführungskurs. Mein Name ist Aline Frank. Ich arbeite als Fachreferentin für Biologie an der Universitätsbibliothek Bern. In diesem Kurs erfahren Sie, wie Sie Mendeley nutzen können, um damit Ihre Literatur einfach und effizient zu verwalten. Der Kurs gliedert sich in vier Teile. Wir starten nun mit einer kurzen Einführung. Danach kommt ein Teil zum Sammeln der Referenzen, zum Verwalten der Referenzen und schliesslich zum Zitieren im Text. In der Einführung geht es darum, dass Sie Mendeley kennenlernen, das Programm, die Funktionalitäten und dass Sie für sich die wichtigsten Installationen vornehmen können. Was kann Mendeley? Als Literaturverwaltungsprogramm ist es dafür optimiert, Literaturdaten zu speichern, zu ordnen und zu durchsuchen. Sie können Referenzen mit anderen Personen teilen, PDFs speichern und bearbeiten. Synchronisation und Backup ist gegeben, sobald Sie mit der Online-Version verbunden sind. Im Text zitieren ist mit Mendeley sehr einfach und intuitiv. Als Nutzende haben Sie 2 GB privaten Speicherplatz zur Verfügung. Falls Sie mehr Speicherplatz benötigen, zum Beispiel für Ihre Forschungsgruppe, können Sie sich an uns wenden. Wir werden Ihnen dann eine persönliche Mendeley-Gruppe einrichten, mit der Sie zusätzlichen Speicherplatz zur Verfügung haben. Als Programm ist Mendeley kompatibel mit den meisten Betriebssystemen und mit den meisten Browsern. Einziges Problem ist, dass Safari und der Web-Importer aktuell nicht funktionieren gemeinsam. Mendeley besteht aus verschiedenen Tools. Das Herzstück sehen Sie hier dargestellt, der Mendeley Reference Manager sowie das Tool Mendeley Cite. Damit können Sie die Referenzen verwalten und zitieren im Text. Die entsprechenden älteren Versionen dieser beiden Tools, der sogenannte Mendeley Desktop und das Citation-Plugin, werden aktuell abgelöst. Den Web-Import benötigen Sie, um Referenzen aus dem Internet zu importieren. Die Zusammenarbeit wird über das Bilden von Gruppen ermöglicht und falls Sie einen Zitierstil ganz individuell anpassen möchten, dann können Sie dies über den sogenannten CSL-Editor tun. Falls Sie mehr Informationen zum CSL-Editor benötigen, können Sie den entsprechenden Kurs der Uwe Bern dazu besuchen. Zum Mendeley Reference Manager gibt es zwei Versionen. Hier sehen Sie zum einen die Desktop-Version, zum anderen die Web-Version. Beide Versionen sind sehr ähnlich im Outline und in den Funktionalitäten. Sobald Sie Internetverbindung haben, haben Sie die Möglichkeit, die beiden Versionen zu synchronisieren. Tatsächlich geschieht dies automatisch. Nun starten wir mit dem Erstellen des Accounts. Sie können dies hier auf dieser Webseite tun, Create a free account. Sie nutzen Ihre E-Mail-Adresse, die Sie auch sonst im universitären Kontext nutzen. Es ist nicht nötig, sich über Ihre Institution separat anzumelden, da aktuell die Uni Bern keine speziellen Features in Zusammenarbeit mit Mendeley bereitstellt. Nun haben Sie Ihren Account erstellt und können gleich weiterfahren mit dem Installieren des Reference Managers, des Web Importers und von Mendeleys Seite. Dazu nutzen Sie die folgende Seite, wo Sie alle drei Programme abgelegt finden. Als letztes haben Sie noch die Möglichkeit, sich bei SciFlow zu registrieren. Dies hat nun mit Mendeley Direct nichts zu tun. Es ist aber ein neues Online-Textprogramm, das die Uni Bern zur Verfügung hat und wir empfehlen es sehr, wenn Sie mit anderen Personen online zusammen am gleichen Text arbeiten möchten. Sie haben dort auch die Möglichkeit, eine direkte Verbindung zu Ihrem Mendeley-Account zu erstellen. In Ihrem Mendeley-Account können Sie nun noch persönliche Einstellungen vornehmen. Unter Privacy Center finden Sie diese Möglichkeiten. Sie können sich da zum Beispiel Nachrichten abbestellen. Soviel zur Einführung in diesen Kurs. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie auch bei den nächsten Kursteilen wieder mit dabei sind. Falls Sie Fragen haben, zögen Sie nicht, schreiben Sie uns eine Mail an frnat.ub.unib.ch Weitere Kurse in Literaturverwaltung finden Sie online auf der Seite der Uni-Bibliothek. Untertitelung im Auftrag des ZDF,